Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu unserem allerersten richtigen Minecraft Plug-In entwickeln mit Kotlin Tutorial hier. Wir werden hier jetzt anfangen unser erstes Plug-In schreiben, denn ja, der Server läuft, das haben wir im letzten Video gemacht. Java solltet ihr auch installiert haben, das solltet ihr für das letzte Video gebraucht haben, braucht ihr aber für dieses Video nicht zwangsläufig. Und wir werden das Ganze mit Kotlin schreiben. Kotlin ist quasi die moderne Variante von Java. Aber dazu schaut euch am besten zumindest ein paar Videos meiner Kotlin-Reihe an und dann könnt ihr hier wieder weitermachen. Und ja, wir fangen da direkt an. Ihr solltet den Server zumindest laufen lassen. Das sehen wir hier, das ist auch zumindest mal der Fall gewesen. Dann bin ich mal reingejoint, habe mich töten lassen und bin wieder disconnected. Und das sind Vorgänge, die sollten schon funktionieren. Ansonsten solltet ihr hier nicht weitermachen, sondern erstmal bis dahin die Videos verfolgen. Wie gesagt, Playlist zu Minecraft und Kotlin ist wichtig hier. So, und dann solltet ihr definitiv auch das Video gesehen haben, wo ich in der Kotlin-Playlist euch die IDE, die Entwicklungsumgebung namens IntelliJ zeige. Diese Entwicklungsumgebung werden wir jetzt hier verwenden und die ist essentiell nötig hierfür. Das heißt, es sieht dann so aus. Wir können hier ein neues Projekt auswählen. Das sollte euch zumindest nicht unbekannt vorkommen, okay? Ansonsten haben wir gleich Schwierigkeiten wahrscheinlich. Und wir switchen jetzt hier mal auf das neue Projekt. Hier waren wir bei Gradle eigentlich schon richtig und gehen jetzt hier auf Kotlin für die JVM, okay? Das heißt, wir schreiben Kotlin für Java, ja? Das ist quasi das, was wir brauchen. Und wir wollen aber auch Gradle verwenden. Gradle ist quasi das, was uns dann erlaubt, das ganze Ding zu bauen und dann auch als Plugin für Minecraft zu verwenden. Und genau die zwei Sachen brauchen wir hier. Mehr müsst ihr nicht anklicken. Den Rest machen wir dann. So, ihr könnt hier dann einfach auf Next gehen und dann nennen wir unser Plugin erstmal, beziehungsweise erstmal brauchen wir hier, wobei, nee, wir nennen unser Plugin, ja, wie nennen wir es? Ähm, das erste Plugin. Nein, das machen wir nicht. Ähm, Kotlin for Minecraft. So, okay. Und dann gehen wir hier auf Finish und bekommen dieses wunderbare Fenster hier. Das dauert jetzt allerdings ein bisschen, bis das erstmal durchläuft, okay? Da müsst ihr jetzt erstmal kurz warten, bis alles fertig ist. So sieht das dann aus, wenn wir hier mit durch sind. Okay. Ihr solltet hier auf jeden Fall den Ordner SRC haben. Ihr solltet auch diese Gradle-Dateien haben. Gradle-W und Gradle-W.but sind beide wichtig, ja. Und, ähm, dann haben wir hier diese Build.gradle. Die sind alle wichtig. Deswegen haben wir Gradle angetickert, ja, beziehungsweise angewählt. Und hier in Main habt ihr sowohl einen Java-Ordner als auch einen Kotlin als auch einen Resources-Ordner, okay? So, das sind erstmal die wichtigsten Dinge, ja. Jetzt gehen wir hier erstmal in den Kotlin-Ordner, machen einen Rechtsklick drauf und erstellen einen neuen Kotlin-File. Und die nennen wir einfach mal Loader.kt, ja. Weil wir damit quasi das Plugin loaden, beziehungsweise laden werden, okay? Und hier machen wir erstmal noch nichts drin. Das ist jetzt allerdings offen. Hier könnt ihr quasi Kotlin-Code reinschreiben, wenn ihr das wollt. Und dann ist das gut so. So, ähm, bevor wir hier jetzt anfangen, unser erstes Plugin zu schreiben, und das wird wirklich sehr, sehr simpel werden. Wir wollen nur jetzt, dass es bei allen mal funktioniert nach diesem Video. Wollen wir hier zunächst einmal unsere Builds konfigurieren, ja. Das heißt, wenn das Ding gebaut wird, dann könnt ihr das danach auch in eurem Server verwenden. Ansonsten wäre es ja relativ witzlos, ne. Und dazu öffnen wir jetzt hier mal die Builds.Gradle-Datei, die quasi angibt, was genau wir hier eigentlich, ähm, nun ja, was wir hier gerade vorhaben. So, und jetzt müssen wir einige Zeilen hier hinzufügen, ähm, die ich euch nebenher erklären werde, aber die ihr nicht zwangsläufig verstehen müsst. Das ist eine Datei, die fasst ihr danach nicht mehr an. Die funktioniert danach einfach, ja. Das ist relativ komplex und das habe ich nicht mal auf meinem Kanal bisher erklärt. Ähm, was wir als erstes hier einfügen, machen, äh, ja, reinpacken, ist im Endeffekt, wir fügen ein com.github, also id unter Plugins. Achtet darauf, dass es auch an der richtigen Stelle steht. John R. Engelmann, ja. John R. Engel, John R. Engelmann, Punkt Shadow. So, das ist am Ende die Shadow-Datei, die wir quasi verwenden, um das ganze Ding zu bauen, ja. Und, ähm, die müssen wir natürlich auch hier angeben, dass wir die verwenden wollen. Okay, das ist Version 2.0.4. Und, genau. Danach müssen wir angeben, dass wir für SpyGod quasi, ähm, was schreiben wollen, ja. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir wollen jetzt hier bitte wirklich, ähm, für, naja, für Minecraft quasi ein Plugin schreiben. Dazu überspringen wir das erste Repositories und gehen direkt unten drunter. Und wir können eigentlich hier tatsächlich einmal Copypasta machen. Ähm, hier einmal das Repository nehmen und das hier könnt ihr rauslöschen. Das heißt, hier muss stehen Repositories, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und dann hier reinschreiben, wir wollen Maven dafür verwenden. Maven ist auch eine Verwaltung, relativ kompliziert. Ähm, schreibt einfach Maven, geschweifte Klammer auf und dann macht es automatisch die geschweifte Klammer wieder zu. Und hier sagen wir dann, url ist gleich und hier geben wir jetzt an, was wir da von SpyGod oder von SpyGod verwenden wollen. https, doppelpunkt, slash, slash, hub, punkt, spygodmc, punkt, org, slash, nexus, slash, content, slash, repositoris, slash, slash, snap, shots, slash. So, damit können wir quasi angeben, wir wollen jetzt hier die Bibliothek verwenden, die erlaubt für Minecraft was zu schreiben, okay. Ähm, und dann sagen wir hier, content, das heißt, was wir alles verwenden wollen, also wir wollen nicht alles, alles verwenden, weil dann wird das Plugin einfach viel zu groß, ja, sondern wir wollen nur folgende Sachen verwenden, include group, das geht allerdings erst ab Gradle 5.1 für die Experten unter euch, org.bucket, ja. Das ist das erste, was wir verwenden wollen und das zweite, was wir verwenden wollen, ist include group org.spygodmc, so. Anschließend gehen wir unter dieses Mavening, also achtet darauf, wenn ich diese Klammer hier, ähm, anwähle, also ich muss sie nicht markieren, sondern ich gehe einfach mit dem Cursor hinten dran, dann zeigt es mir an, bis wo die Klammer geht, also das ist die Klammer hier oben. Wir wollen unter diese Klammer von Maven, ja, also da geht sie auf, da geht sie zu, diese Klammer wollen wir haben, aber nicht unter Repository, sondern wir wollen noch in diesen Repositories drinstehen und dann machen wir nochmal Maven, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und wieder ein Enter rein und zwar brauchen wir hier nochmal was, ähm, weil wir, weil SpyGuard auch an sich von einem, von was anderem abhängt, ja, das ist nämlich Bungee Chord, habt ihr vielleicht schon mal gehört, url ist gleich, ähm, und da sagen wir dann hier einfach mal url gleich https doppelpunkt slash slash o, ups, o, s, s, 2, s, punkt sonatype, hei, 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 ich kann heute nicht tippen, punkt org slash content slash repositories, dieses Wort ist furchtbar, und wieder slash snapshots, Achtung, ähm, ja, genau, dann sind wir eigentlich schon fertig hier, und, beziehungsweise fast fertig, so, und jetzt müssen wir das noch hier unten angeben, jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten und fürs Erste, das werde ich euch sagen, wenn wir hier das ändern müssen, fürs Erste brauchen wir hier die Dependencies, ähm, warum machst du mir hier zwei auf, ähm, und zwar compile only, ja, org.bucket, wir werden jetzt erstmal mit bucket arbeiten, okay, und dann machen wir hier, Achtung, org.bucket, alles noch in diesen, ähm, in diesen Anführungsstrichen, Doppelpunkt bucket, Doppelpunkt, 1.4, äh, 1.14 ist das tatsächlich leider noch, Punkt 4 minus R, und jetzt kommt eine 0, also R0, das ist kein O, das ist eine 0, okay, ähm, Punkt 1 minus Snapshot, so, alles groß geschrieben, also Snapshot, alles groß geschrieben, wobei das hier keine 0 ist, sondern ein O, ja, das ist ein englisches Wort, Snapshot, damit habt ihr für die Experten unter euch, die, äh, Bucket API, ohne Shadowing, okay, und da gibt es natürlich auch noch die Spygot API, ähm, ohne Shadowing, die Spygot, äh, also die komplette Server API von Spygot und die komplette Craft Bucket API gibt es auch noch, also die drei, äh, oder die vier Möglichkeiten habt ihr, das reicht uns jetzt erstmal, ähm, brauchen wir aber ansonsten noch nicht, so, so, dann kommt hier der Bereich, wo quasi angegeben wird, dass wir Kotlin verwenden wollen, das heißt dieses, ähm, Dependencies von, ähm, Kotlin einfach komplett, und unten drunter steht, ist dieses Compile Kotlin, ja, das überspringen, oder das lassen wir erstmal noch unten drunter und schreiben hier rein erstmal Source Compatibility ist gleich 1,8, ja, und dann unten drunter die Target Compatibility, ja, das ist quasi, wo wir hinwollen, auf welche Version, ist ebenfalls 1,8, so, und dann noch zwei kleine schöne Einstellungen für eure Entwicklungsumgebung, dass ihr quasi Vorschläge bekommt und alles, ähm, sagen wir hier Idea, also die Entwicklungsumgebung quasi, das ist jetzt speziell für diese hier, ihr könnt theoretisch auch Eclipse benutzen, dann funktioniert aber dieses Idea nicht, ähm, und, ähm, es ist, ich finde Eclipse zu benutzen, gerade was sowas angeht, ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, okay, Download Java Doc gleich True ebenso wie Download Sources gleich True damit habt ihr quasi die Dokumentation und die Quellen direkt, und, ähm, dann haben wir im Endeffekt schon Compile Kotlin, das ist wunderbar, das bleibt auch so, die JVM bleibt 1,8, und Compile Test Kotlin bleibt auch 1,8, ja, also da ändern wir gar nichts dran, und das sind jetzt im Endeffekt unsere, nun ja, im Endeffekt alles, was wir haben wollen. Damit könnt ihr jetzt theoretisch alles machen, wir werden wahrscheinlich nicht alles brauchen, aber es ist zumindest mal ein guter Startpunkt, ich stelle euch die Datei natürlich komplett zur Verfügung, die liegt dann auf Google Drive und ist in der Beschreibung hoffentlich verlinkt, wenn ich es nicht wieder komplett vergesse, und dann können wir hier auch tatsächlich unter Kotlin den Loader nochmal aufmachen, ähm, vergesst nicht hier zu speichern, ja, und wie gesagt, das ist ein Startpunkt, der, der umfasst sehr viel mehr als das, was wir jetzt hier erstmal machen werden, aber ich lasse den jetzt einfach mal hier so stehen, ja, den könnt ihr einfach quasi übernehmen, und dann werde ich vielleicht bei gegebener Zeit nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was wir da eigentlich gerade tun, ähm, und was wir ändern müssen. So, als allererstes wollen wir natürlich nur testen, ob dieses Plugin auch wirklich funktioniert, das heißt, ups, ähm, das heißt, wir sagen, wir wollen zunächst mal eine Public Class, und wir nennen sie natürlich Loader, so, und jetzt kommt folgendes, ähm, wir brauchen als erstes mal ein Java Plugin, ja, wir machen hier allerdings die Klammern drumrum, das heißt, ähm, wir, ja, wir benutzen direkt die Klasse, und jetzt sehen wir hier direkt auch schon, ähm, wir haben hier die Changes noch nicht, äh, durchgeführt, ah, okay, ähm, das scheint noch gerade Probleme zu geben, wir nehmen den Teil hier mit der Idea nochmal kurz raus, den brauchen wir auch nicht zwingend, so, und ja, jetzt wird das hier einmal kurz konzentriert, und einmal laufen gelassen, und jetzt sehen wir hier, okay, das Synchronisieren ist hier durch, jetzt können wir hier mit dem Loader weitermachen, dann sehen wir nämlich hier auch, wir kriegen hier die Möglichkeit, jetzt auch endlich mal das ganze Ding zu importieren, davor hatten wir nur die Möglichkeit, da quasi eine Klasse draus zu machen, das wollten wir aber natürlich nicht haben, so, das heißt, wir schreiben theoretisch ein Java Plugin, ja, aber praktisch benutzen wir halt Kotlin Code dafür, das ist nämlich viel, viel cooler, so, und jetzt fangen wir einfach direkt mal an, und importieren auch schon den Listener, den müssen wir selbstverständlich dann auch noch importieren, ähm, Import, ich bin mir nicht sicher, welchen, welchen es mir hier importieren möchte, äh, wir gehen mal hier auf Import, ah, jetzt kriegen wir hier die Auswahl aus, genau den hier möchte ich haben, den Org.bucket.event Listener, und dann wird der hier importiert, das ist okay, den können wir verwenden, und anschließend brauchen wir noch den, warum ist der Fokus weg, Command, ähm, Executor, so, wir nehmen den hier aus Org.bucket.command, das ist, das wird dann automatisch direkt importiert, so, und ups, danach haben wir schon direkt unsere Klasse, und ja, jetzt können wir eigentlich schon direkt hier ein paar Kleinigkeiten schreiben, und zwar erstmal wollen wir natürlich sehen, dass das Plugin auch wirklich, ähm, naja, gestartet wurde, dazu schreiben wir Override Fun On Enable, ja, und hier wollen wir einfach bloß, ähm, ja, das greift jetzt schon ein kleines bisschen drauf vor, ähm, ähm, ja gut, also wir, wir machen es jetzt so, dass wir hier quasi einmal kurz eine Nachricht reinschreiben, ja, ähm, wir werden die allerdings ingame natürlich nicht sehen, weil wenn wir den Server starten, dann wird das, dann wird dieses On Enable ausgeführt, während wir auf der anderen Seite natürlich da noch nicht im Spiel drin sind, aber wir werden trotzdem was sehen, und zwar Import, wir importieren erstmal Bucket selbstverständlich, ähm, das sollte dann Org. genau, ja, Org.Bucket.Bucket sein, ihr müsst das immer noch überprüfen, nicht, dass dann irgendwie die IDE für euch irgendwas komisches importiert, und zwar sagen wir dann Broadcast Message und hier können wir sagen Plugin geladen, okay, so, und das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier erstmal wollen, nun zumindest für den Moment wollen wir hier nicht mehr reinmachen, jetzt gehen wir hier mal noch unter die Resources und die sind auch sehr wichtig, ansonsten wird euer Plugin nicht funktionieren, hier erstellen wir eine neue Datei, wir nehmen einfach nur eine File, keine Kotlin-Datei und diese Datei nennen wir Plugin.yml, ja, also eine YML-Datei, ähm, ja, die soll quasi beinhalten, wie euer Plugin aussehen soll, und da schreiben wir rein erstmal den Namen des Plugins, ja, das heißt, wir schreiben hier, ähm, ich hab's glaube ich Kotlin von Minecraft genannt, ne, Kotlin von Minecraft, haben wir es genannt, so, Version, sagen wir, ähm, 1.0.0, weil wir es können, und dann sagen wir hier Description, ähm, mein erstes Plugin, okay, dann Main, und da müssen wir jetzt quasi die Main-Datei angeben, wo die ist, ja, beziehungsweise in welchem Paket sie ist, und da müssen wir natürlich nochmal zurückspringen hier, weil wir hier noch kein Paket angegeben haben, in unserem Loader.kt, das heißt, wir müssen hier erstmal noch sagen, okay, das Ding ist in einem Package, und dieses Package nennen wir jetzt einfach mal, ähm, Main, ja, wir nennen das Package Main, beziehungsweise eigentlich Klein-Main, und gehen dann zurück hier, und sagen Main, Doppelpunkt, ja gut, das Paket ist quasi Main, und die Klasse schreiben wir hin mit Punkt Loader, ja, das heißt, Main.Loader, da ist quasi unser Einstieg für unser Kotlin-Plugin, damit es weiß, was eigentlich hier das Plugin ist, das geladen werden soll. So, so, und damit sind wir eigentlich mit dem Grundgerüst schon fertig, ja, jetzt können wir hier auf das Terminal gehen, und jetzt gibt es eine kleine Unterscheidung hier, ähm, was ihr machen müsst, wenn ihr in Windows seid, und was ihr machen müsst, wenn ihr in Linux seid, ja, unter Windows müsst ihr hier, ähm, Backslash Gradle, ähm, ja gut, das geht bei mir nicht mit dem Autovervollständigen, Punkt Backslash Gradle, äh, Bad, äh, Punkt Bad benutzen, und dann, ähm, Shadow Jar hinten dran schreiben, unter Linux müsst ihr hier Punkt Slash Gradle W nehmen, ohne Punkt Bad, und dann Shadow Jar hinten dran schreiben, ja, das heißt, es kommt natürlich drauf an, in den meisten Fällen werdet ihr wahrscheinlich Windows benutzen, das heißt, ihr nehmt die Gradle W Punkt Bad, ja, und die sollte auch natürlich in dem Ordner vorhanden sein, so, und dann haben wir eigentlich auch schon alles, dann sind wir hier fertig, Build Successful sollte hier stehen, wenn ihr einen Fehler bekommt, dann ist irgendwas nicht gut gelaufen, dann habt ihr irgendwo einen Tippfehler oder sowas, das kann durchaus vorkommen, und dann gehen wir mal ganz kurz in unser, in den Ordner rein, wo wir quasi das, äh, naja, wo wir den Code haben, ja, ihr könnt dazu auch hier, ähm, rechtsklicken und dann Show in Nemo, also in meinem Fall zumindest, bei euch wird wahrscheinlich Show in Explorer oder sowas dastehen, und dann öffnet es das auch, äh, ihr seht, ich habe hier ein paar Sachen mir aufgeschrieben, und, genau, wir gehen dann hier in den Kotlin von Minecraft Ordner selbstverständlich rein, und, ähm, ja, dann haben wir hier den, den Ordner Build, das ist genau derselbe Ordner wie hier auch, in eurer IDE, aber wir wollen natürlich hier rein, dann haben wir hier den Ordner Lips, und hier drin ist Kotlin for Minecraft 1.0, das ist die Version, minus snapshot.jar, ja, das ist das, was ihr braucht, das kopiert ihr euch jetzt, und geht dann hier rein in den Ordner, wo euer, ähm, wo euer Bucket drin ist, ja, also dieses Build Tools, ähm, dieses Spygot 1.15 und so, und die ganzen Sachen eben, da sind die ganzen Dinge von eurer Welt gespeichert, ja, und hier gibt es jetzt, wenn ihr es zumindest einmal gestartet habt, davor noch nicht, gibt es den Ordner Plugins, hier reingehen wir, und hier fügen wir das Ganze ein, und dann starten wir mal ganz kurz unseren Server, das heißt, wir sagen hier wieder dieses Java, bla, 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 und starten danach eben unseren Server, dauert wieder ein bisschen, ich zeige euch gleich, was ich da zeigen möchte, bis gleich. So, unser Server ist gestartet, hat 8 Sekunden gedauert, und hier unten steht schon, Kotlin von Minecraft, das ist das Plugin, was ihr geschrieben habt, Enabling Kotlin von Minecraft Version 1.0.0, und damit haben wir auch tatsächlich schon unser erstes Plugin geschrieben, es ist zwar nicht wirklich mächtig, es ist auch eigentlich nicht unbedingt das, was man zumindest haben möchte, ähm, weil hier eben auch zum Beispiel Legacy ist, weil wir keine API-Version spezifizieren, und so weiter und so fort, aber es ist zumindest mal ein Grundgerüst, auf dem wir jetzt aufbauen können, ich glaube, das Video ging auch lang genug, und ich hoffe, ihr konntet soweit alles nachvollziehen, sollte bei euch eigentlich exakt genauso funktionieren, auch für spätere Versionen ist das eigentlich kein Problem, und ja, jetzt können wir dann richtig anfangen, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, Ciao.